ein bisschen tdt classic mit ein paar geilen gamern und somit ich bin in der falle die kerzen ausschießen oder so aber auch das geht nicht der grüne ist auch nicht vergiftet ja wie heißt das land wo das herkommt okay nicht auf mich sondern auch du müsstest das ding auch richtig ja ich versuche ich bin jetzt mit dem geschenk unbegabt richtig frech nach oben los lässt nicht nach hinten in dem moment wo du hinschwingst ich bin im verzauberer raum geblieben für das nicht jedes essen ich gucke wer keine seele hat ja wir haben mäßiges gesüffel ich bringe dir den elefantenrüssel hoch den habe ich schon hier können wir jetzt noch äh julie erschießen äh nein mit dem rüssel jungen hoch gehoben das sei jetzt sehr falsch aus mit dem rüssel jungen habe ich einen rüssel jungen jetzt geht es nicht mehr jungen jungen ich habe ein schild ich habe ein schild ich habe ein schild ich habe ein schild aber ich bin es nicht egal was wir werfen ich bin teller es wird trotzdem jetzt gekauft jungen ja ne komm büffel euch ähm was da passiert er ist vor dem thron umgekippt nach nem schuss er ist vor den herren gegangen zwei leute sind weg gelaufen da nur nach links der andere nach rechts ja dann ist er nach rechts gelaufen ich dachte der schuss war unter mir Ja, bei dir ist aber auch noch einer reingelaufen, ich bin im Gefängnis, ich habe nur den Schuss gehört. Komm hier runter? Nefi, warst du. Ich war das nicht. Ne. Ich bin hier unten im Gefängnis gewesen. Ich habe einen Sack von der Münze und muss erst nicht erschießen. Geht nicht auf. Er hat mich hier unten im Gefängnis zurückgelassen. Macht nichts. Er guckt so ganz komisch über das Treppengeländer, das macht mir Angst. Der Dalu. Was ist denn, Julie? Lebe noch. Ich bin immer noch hier oben. Ich komme nicht runter. Ich wollte ja nur noch mal wissen. Also ich würde runterkommen, aber nur einmal. Ja, links könntest du vielleicht auf den... Mhm. Wenn ich ausrutsche, ist... Sinn. Hey, wer ist denn der Nächste? Nefi. Ich bin es nicht. Ja, du tötet ihn mal zum Überprüfen. Der hat mich unten im Gefängnis so gesehen. Tötet den mal zum Überprüfen. Wahlenstoff. So hat man das früher gemacht, Kinder. Erst töten, dann fragen. Ja. So ruhig. Was sagt keiner? Sind alle tot oder was? Hallo. Irgendjemand schießt doch hier auf irgendwas. Hallo, ballert doch auf irgendwas unter mir. Oh ja. Jemand ist tot. Äh, keine Ahnung mehr. Ah, die Golden Diegel, oder? Ja, ja. Golden... Dann ist der Dierte tot oder was? Ja, ja, war die Golden Diegel. Der Dierte ist tot. Dann war es vielleicht Maxi von da oben. Der lief hier grad. Ja, Maxi, oder? Nein, das ist da, du. Der hat gerade den Dierte umgebracht. Nein, der Dierte hat mit der Golden Diegel auf mich geschossen. Ganz sicher nicht. Du hast mit der Golden Diegel. Du, die Würfelz... Können wir jetzt Nefi oder Julia schießen? Na, Nefi. Voll drauf gehen. Gott, ey. Setz mich einfach hier zum Bier. Ich glaub, Julie kommt da nicht mehr runter. Das ist das Problem. Nein, ich bin Indo. Okay, ist Nefi erschießt. Ja, mach das. Du sitzt ja immer noch im Knast. Julie, kommst du da runter? Nein. Ich hab eh nichts dazu erledigt. Yes! War's, Nefi? Ja, ich war's. Ich war unten im Gefängnis. Ich kam da nicht mehr raus. Ich hab keinen Weg mehr gefunden. Moment, hä? Wie? Es gibt einen Geheimgang. Da war eine Kanalisation gefangen, nachdem... Ja, ich hab keinen Ausweg mehr gefunden. Beste Wunde. Die gute Daumen stehen geblieben. War doch gerade gut wie Kunran mit dem Golden-Diegel-Schuss auf Maxi. Und Maxi, äh, beschuldigt dann Dalu, dass er ihn erschossen hat. Und ich hab den Headshot gegeben. Kunran hat ja auch so aussehen. Also, das Problem ist, Kunran hat bei mir halt nicht in meine Richtung geguckt, sondern halt unter mich irgendwo. Ach so. Ne, ich hab... Dalu hat... Ich weiß nicht, ob Dalu mich triggern sollte. Ich hab an Juli vorbeigeschossen. Genau, und deswegen war ich mir relativ sicher, dass Dalu es nicht ist. Ähm... Ich hab mich auch gewundert, dass keiner den Schuss auf Gipi gesehen hat. Ich bin so schnell weggelaufen. Ich hab... Ich bin ja... Aber die falsche Richtung. Au. Deswegen dachte ich, vielleicht, das könnte Maxi sein und... Plung. Mein Gott. Oh Gott. Was war das? Was geht hier vor sich? Was für eine Waffe. Brrrr. Wilder Westen. Mau, Mau, Mau. Das hat überhaupt nicht im Ohr gefilgt. Falsch, das passt nicht. Wir sind im Mittelalter. Dalu, bist du los? Oder find'n Sniper-Schuss? War eben, genau. Es war kein Sniper-Schuss, es war ein Trommel-Revolver. Den gab's zu der Zeit noch nicht. Feier! Schammelfeier! War ein Mittelalter? Nefi, der Schnipper dahinten. Die hört zu den Kling. Eher. Und ich über Louis. Hier möchte ich auch mein Getreide... Ich dachte schon. Fast. Hallo, Julie. Hi. Hi. Pass auf dich auf. Mach ich. Man muss dafür nicht mal springen. Man kann den Rüsten unter einen drunter glitschen und dann hochziehen. Nein, 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 nein. Jetzt hab ich gemerkt. Wie war das nicht gerade? Oh, Junge. Was? Julie, gib mir mal hier einen Stuhl an. Was denn für eine Jumpscare-Waffe, ja? Items? Der hinten in der Ecke könnte gehen, oder? Du bist mir die Handstühle nicht nehmen. Dann nur die dicke Vase. Guck mal, items, ich hab Pischi für dich. Fischi. Fischi. Hier drauflegen irgendwie, mit springen oder so. Bring ich den auch, oder? Ja, warte. Warte. Ihren Teller bringt den liegt. Boah. Hier irgendwie weiterhelfen. Nee, Pia. Warte, ne, Fischi. Wer hat sie jetzt? Julie, du musst auf das Blender. Warte, springen drauf? Der Topf. Ja, ich hab den Topf. Der Topf ist noch drauf. Das ist gefährlich. Du musst schon wissen, was du machst. Guck mal, ja. Mein Capitas! Okay, nehm ich. Komm da hoch, Gipi. Bring mich mal da hoch. Nee, nee, nee. Nicht stabil genug. Oh, scheiße. Der Topf war schon besser, glaub ich. Der Topf ist schon... Wo bist du denn? Wo bist du denn? Auf dem Materialien. Ne, genau. Wie hüft denn da mit der Laden? Ne. Ja, du standst drauf. Oh, ich hatte ihn. Das ist sehr schwer. Mach den nicht mit dem Rüssel. Der befördert einen nach oben. Hä? Wirklich. Frag Gipi. Oh Gott, hier ist der Rüssel. Frag Gipi. Dem Rüssel geht das am besten. Frag Gipi ist Rüssel. Ich muss den Topf hier hinlegen. Der Rüssel ist Beste. Nimm meinen Rüssel. Nimm meinen Rüssel. Oh. 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 Der Topf, ey. Der Topf ist gestorben. Der Topf ist gestorben. Der Topf ist gestorben. Ich glaube, der Topf hat ihn fallen lassen. Mehr oder weniger. Armer Teufel. Oh shit. Er wollte doch nur hoch hinaus. Er wollte hier hoch, oder was? Also er war schon da oben. Wahrscheinlich hier rüber. Lass mich ihn ordentlich begraben. Mach mal irgendeine Explosion da hinten rein. Da sind ganz viele im Raum. Oh. Oh. Hallo Items. Du kannst ja auch die Explosion machen. Aber nicht bei mir bitte. Welche Explosion? Ja. Er muss hier an sein Grab kommen. Okay. Sag ich das auch, wenn ich einfach nur schieße? Wo du magst. Oh. Ähm. Glaub nicht. Du bist brav. Okay. Aua. Wer hat einer geschossen? Oben hat einer geschossen. Das war ja frech. Maxi. Das war ja frech. Das war Items. Ich glaube es war Maxi. Maxi ziehst du das? Der Althums kam kurz danach da runter gesprungen. Warte, jetzt müssen wir ihn anbieten. Mich ist er idealisch. Nefi, du musst auf mich aufpassen jetzt. Du musst ihn doch erst explodieren lassen. Das war explodiert und Nefi kam mir dagegen. Nee, ich war das ja wohl nicht. Ich weiß es nicht. Ich war nicht da unten. Ich war hier oben. Hey. Wen schießt ihr euch? Ja, Maxi mit Althums schießen aufeinander. Einer darf fassen. Oh, der ist wie eine Piñata aufgeplatzt. Hier liegt eine Mindhirtel. Hallo Piñata. Hey. Raging Bullhatter. Was ist denn das? Albaloui, redig mal. Oh, das war der Falsche, das war Kollateralschaden. Au. Da mit. Da mit hab ich gesagt. Ich muss nachladen, nachladen lassen. Ich hab keine Munition. Ich wollte eigentlich auf Baloui schießen. Warte. Erstmal Maxi vor allem mitgegeben. Boah. Oh Gott. Was war das? Nein, die ist ziemlich stark. Wie ich Nephi anschießt und das erste, was Nephi macht. Maxi! Ja, das ist zwar der erste, den ich gesehen hab. Maxi! Ich hab mich ganz fisi weggeduckt und bin einfach runtergelaufen. Naja, wir wollen Maxi. Wo ist die Katze? Ich hab hier was für dich. Ich hab was seines für dich. Hast du den Fisch? Ich hab hier einen Fisch. Oh Gott. Nein, das sah ja gut aus. Fisch, 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 Fisch. Da, Fisch. Da, Fisch. Oben ist irgendwas hergeflogen gerade. Ich mach hier eigentlich irgendwas machen außer Bücher lesen. Oh Leute. Das sind deine Fill-Punkte. Wenn du richtig liest, dann kriegst du Skill-Punkte. Leute. Ich hab was geiles gefunden. Spritzkuchen. Ich laufe am Thron rum. Gut, dass du Kuchen danach noch schnell gesagt hast. Nein! Komm, bitte. Spritzkuchen. Oh, der sieht echt. Der sieht gut aus, gell? Ja. Hab ihn gegessen. Wollt ihr ein Stückchen? Hab ihn gegessen. Aua. Hey, hey, hey. Womit hat Maxi bei dir seinen Reitzhelfer draußen. Du hast von mir nicht drin warst. Wollt ihr einen Kuchen? Da war die. Da war die. Nee, der ist oben. Oh, da ist jemand. Items her. Wir haben ihn weggebracht. Mein Fisch ist weg. Wir müssen an den Spritzkuchen. Da hängt bestimmt irgendwo noch neue Items. Äpfel. Frische Äpfel. Nein, ich will Fisch nicht frisch. Fritzkuchen. Julie, was bietest du denn für den Kuchen? Ich hab ihn jetzt wieder. Oh, Gottes. Ein Steak. Häm den Apfel. Los. Ja, hier liegen die Spiele. Dieser Julie. In der Küche. Julie, fang. Ich hab meinen Fisch. Oh, danke schön. Der weiß aber günstig. Was denn? Möchtest du den Fisch haben? Ich hab doch schon Fisch. Oh, jetzt noch mal. Die Möhre und noch eine Möhre. Wir werden den Kuchen zurück. Oh. Fui. Auf die Map. Fisch, 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 Fisch. Hallo. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Oh, ich komm wieder mit. Wir kommen den Fisch bestimmt auch wieder entfernen. Warte. Oh, Kuchen, Kuchen. Das hört sich so an, als wäre Dalo hinter meinem Fisch her. Dalo, warum willst du auch meinen Fisch? Weil ich Meeresveganer bin und den bestimmt... Meeres. Meeresveganer. Da muss ich aber ganz schnell los. Mein Fisch, der gehört mir alleine. Ich... Ich bring auf die Tafel einen Spritzkuchen. Julia, ich bin so ein MPC und Skyrim im Kopf. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich glücklich. Ja. Mein Fisch! Was? Was ist das? Was war das? Das war die Gerardbombe. Ich glaub, mich das gerade gerettet hat, dass Dalo den Fisch weggeworfen hat. Ich spring da runter, hinter mir geht auf einmal einer los. Das Ding ist, die muss aber jemand Dalo zugeworfen haben, oder? Ich glaub, dass das jemand war, der hinter Dalo gerade angerannt kam. Nefi. Aber jetzt mal for real. Also außerhalb von den Sachen, die gerade gestorben sind, so von den Menschen. Wo zum Geier ist der Fisch hin? Wo ist der Fisch hin? Das ist das größte Problem. Hier am Feuer ist einer eigentlich. Am Fisch wieder? Was am Feuerhof? Ja, hier. Oh. Das ist Nefi. Oh, das stimmt ja. Oh Gott. Banane! Wie? Banana! Das war wirklich Nefi? Böser Nefi aus dem Knast. Ah! Der hinter uns! Oh! Nein. Minus 10.000. Baloui war der mit der Bombe. Ne, das war ich. Baloui war Indo. Was warst du? Was war auch Baloui? Oder war der schon vorher tot? Wo war Baloui? Ich glaub, Baloui ist da mit dran gestorben. So. Hier war der ursprünglich nicht zu dritt. Leider ist Items weggekommen. Ja, und Items. Baloui ist leider auch weg. Das war nicht mein Fluchtreffekt oder so. Nein. Das ist besser. Gib B. Jetzt klemmt die Tür. Ja, ja. Jetzt klemmt die Tür. Dürfen nicht zu zweiter da reingehen. Das ist keine Waffe. Hast du aber auch mit vom Balkon einfallen hier? Versuchst du dich? Also, ja, ja. Was? Warum Kunran? Das ist Julie. It's a me. It's a me. It's a me. It was me all along. Da wird das noch was Kunran oder nicht mehr so heute? Wo kommst du die aufgehoben? Warum nicht? Was ist das überhaupt? Willkommen in meinem Geburtstag. Ist das eine Mail? Das sind deine Bruder? Das ist gar nicht schlecht. Wir bleiben hier, oder? Ich glaube, die sind ja alle mit Dingen gemacht. Warum hast du hier vier Betten? Sag mal, Gibi. Selbst der Boden? Für meinen Rüssel nicht? Ja, selbst der Boden. Und für meine Beine. Ach, okay. Ja, ja. Das ist alles. Dann gibt's Sinn. Ja. Du wirst mich doch hier nicht töten. Kannst du mal den Geheingang suchen? Ja, mach. Mach, mach. Wo war der denn, Gibi? Ja, dein Abenteuer. Was? Ich weiß nicht. Was ist das? Dann kannst du damit weiter öffnen. Ah. Kade. Ist eigentlich so ein schönes Ding. Bist du auch, Eno, Gibi? Ja. Oh, guck mal. Geht hier nicht, ne? Hä? Das geht doch mit Eno. Habe ich schon versucht. Hä? Hast du mich eigentlich... Nein. Mit E geht das auch? Ah, hier ist noch, Alter. Da ist wieder ohne Tee. Geh rein. Ach, wieso ist mein Voice-Chat an? Katze, 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 Katze. Jetzt rein, Maxi. Wie kommst du jetzt raus? Ich hab keine Ahnung. Katze, 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 Katze. Ah, der Leiter. Ich wollte grad sagen, das ist der Leiter. Easy verständlich. Darf ich Katze? Katze, 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 Katze. Können wir auf Baluia schießen? Ja, schieß mal nach Baluia. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Du bist ziemlich laut und nervig. Versuch sie die Katze. Was heißt, ihr packt die Katze? Ob ich böse bin? Ja. Der macht meinen Job oder was? Bist du jetzt auf einmal doch böse? Nee, warum habe ich gesagt? Achso. Ich bin Showbusiness, man. Ja, damit ich nicht mit einem Tee rumrennen, weißt? Ist noch umgebracht. Ja, ist verständlich. Nee, wir haben wirklich einen Ort gefunden, wo man sich heilen konnte. Nein, er ist der letzte Map, nee. Maxi hat Gift dabei. Hä? In der Hand? Mach nochmal. Das ist das Hinserschwert. Oh, achso. Keine Credits dafür. Hat keinen Saft mehr bei dir. Bringt mir einen Traitor und ich kann... Oh Gott. Also, das hier, das hier sind die Türen, die die Traitor öffnen können. Lass abhauen, Gipi. Oben ist ein großer Traitor. Excuse me. Bei Luis ist er gestorben, aber er war eigentlich ein großer Traitor. Bei Luis... Was haben wir bei Luia nichts zu tun? Also, wo hast du den gemacht? Das war schön im Kopf. Ich habe nur gesagt, dass ich einen kenne. Ah ja. Was ist mit dem passiert, McFly? A3.000 Schuss durch den Kopf gekriegt, irgendwie. Von wem? Kann ich nicht auf dem Web. Stimmt, kann man das auch machen. Bringt dir nichts, die Portugan. Der liegt unten zum Gefängnis. Er ist, also, wenn du das Heiß-Kalt-Spiel spielst, ist es heiß. Bring mal Luis in seinem... Ist es wärmer? Ja. Gibt es hier eine Kloake irgendwo? Ist es schon heiß? Nee, das kann nicht sein. Juli, du bist überführst von da, Lu. Ähm, hast du zufälligerweise im Traitor-Shop was zum Heilen? Äh, lass mich mal suchen, kurz. Äh, das wär der Grund, warum ich hier umbringen würde. Wenn du jetzt eine Bombe zündest, muss ich hier schießen. Ich muss auch schießen, ich hab dir auch ein Visier, Juli. Warte mal, wir machen das mal ganz heiß da oben. Nein, ich hab nichts im Shop. Nein, also, ich hab auch nur die Explosion dahinten gesehen. Nein, Gipi oder Maxi, ich war das nicht. Ich hab mal Luis, äh, ich hab mal Luis gerade runtergebracht. Aber du warst gegenüber dich. Ich hab jetzt Nephi gekillt, weil der konnte darüber werfen. Okay, er war es nicht, toll. Aber er war, dass der darüber werfen konnte. Hat jemand, jemanden wiederbelegen. Ich bin nicht sicher, wie gut ich das bin. Lebt da, du eigentlich? Nee, da wurde er gekillt. Ach so. Wer ist jetzt der Böse? Weil da hinten keine Leiche mehr lag, deswegen war ich gerade. Der arme Baron. Ihr werdet gleich vom Gipi angegriffen, weil du... Warum? Weil du hochgelaufen bist mit den Worten, wer ist jetzt der Böse? Ja, weiß ich nicht, ich dachte, wir wären böse. Entschuldigung, rennst du nicht? Nein. Ich hab halt bei Luis gerade weggepackt. Ich weiß halt jetzt nicht, ob Juli überführt ist oder nicht. Nein. Oh, was war das denn? Ich begrabe sogar da, muss ich wieder ein Trader nicht machen. Guck mal, da oben geht's ab. Wo? War das oben, oder? Wo geht's denn hoch? Erpe. Aber hä, ne, Gipi war doch nur oben, oder? Ne, ich bin doch bei Juli. Ähm, hier war was blaues, was war das? Ich hab die Porte dann, hier, guck mal. Ach, okay, okay, okay. Hier ist nix. Gipi bist du, Juli? Du bist doch böse. Nein. Ja, dann ist es Maxi. Wo ist er denn? Und Kundran? Kundran ist böse, glaub ich. Kundran hat aber, ja, dann ist er so. Gipi schießt auf dich. Oh. Oh, ich bin auch böse. Valui, sorry. Tut mir leid, Juli. Voll, voll der Lüger. Ich wollte, aber ich hab dich die ganze Zeit nicht getötet. Ich wollte Valui nur einmal anschießen, das war ein Headshot. Und dann hat Kundran weggemacht. Vor allem hat Kundran mich weggemacht direkt neben dir, Juli. Und du so, äh, du bist das oben? Gipi, kannst du wirklich nur als Tee unten rein? Ich hab's die ganze Zeit neben Maxi und Juli aufgemacht. Scheiße. Ja, ja, ich wüsste das auch, aber ich hab's mehrmals halt eh gedrückt und da nicht funktioniert. Ich wusste es nicht. Ich hab's die ganze Zeit auf und zu gemacht. Ich hab's die einfach machen lassen. Ehren, Maxi. Aber ich finde, der gehört dahin. Ja. In den Kärmer? In die Kanalisation. In den Bunker. Die Valui, guck mal, drück ich mal E. Wo? Da, gerade aus. Nee, eh. Ja, drück ich doch, hörst du doof. Endlich kommt auf den Strang springen. Ich hab Schuhe gefunden. Wuhu. Du möchtest springen? Endlich hat der Schuhe. Wenn Props auf den Scheiß sind, kannst du's eh vergessen. Wenn ich zum Verzauberungs... Oh, ob du Sachen hier zum Verzauberungstisch bringen kannst? Bestimmt, wollte ich auch gerade fragen, ja. Deine Waffen verbessern. Ja. Das ist nur eine TDT-Map. Ja, und da sind Gimmicks und Easter Eggs vorhanden. Nein, wir sind hier im Mittelalter. Mittelalter. Oh, da war die Brandranat hier für uns. Der eine bringt ein Messer mit, der andere bringt Schuhe mit. Gipi legt seine Shotgun drauf, nichts funktioniert, schade. Irgendwas muss ich uns hier töten, da war eine Explosion vor der Tür. Ich glaube, ein Lichtschwert hat man damals genutzt. Ein Fischi. Für was? Lichtschwert war eindeutig mit. In der Gemodden-Skyrim-Version funktioniert das auch. Du hast auch Lichtschwerter. Vielleicht können wir den Rüssel da drauflegen. Was versucht ihr eigentlich? Nein, bitte nicht. Gipi, lass es einfach. Okay. Warum sagt der eigentlich so ein Rüssel? Das hier ist doch ein Rüssel. Ja, ist auch. Julie ist ein Rüssel. Ja, Wein. Also ein Schwein, Julie, Rüssel. Das hier ist ein Rüssel. Jetzt zeigt er ihm das auch. Nein, da muss ich aber los. Das ist mein Rüssel. Das ist mein Rüssel. Das ist mein Rüssel. Ja, ja. Alle kastrieren, alles euch nuchen. Was machst du? Das hat keiner gesehen. Nein, nein. Ich bin lieb. Das ist derjenige, der gerade ausgekommen ist. Was machst du vorher noch? Halt, stopp. Der Typ mit der Shotgun ist... Ich habe auch eine, aber ich meine den anderen. Geh mit der her. Geh mit der her. Ich weiß nicht, wo ist er denn hin? Aua. Der da runter? Oh fuck, das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding, ja. Hi. Wo kann Dalu denn jetzt rauskommen von da unten? Ach, war das Dalu? Das war ich Dalu. Dalu kommt hier. Dalu stehst du auf mich. Nein, ich wollte sagen, wo kann der, der da runtergegangen ist, rauskommen? Ähm, da ist ein Bämpchen. Der hat was kaputt gemacht. Ja, Dalu habe ich kaputt gemacht. Aber er war kein Twitter. Ach so, da war eine Turtle, dann gibt es noch eine zweite, oder? Okay. Das war das. Das heißt, jemand oben hat Turtle untergekommen. Das ist so untypisch für Dalu. Er hat alle oben gebracht, außer mir. Muss bei Lui noch sein. Das ist das Geschoss. Ja, das ist okay. Pass auf, hier ist doch irgendwo eine Turtle. Pass auf. Das Geschütz kann nicht. Oh nein. Der mit. Balu, also. Ja, das ist Balu. Pass auf, das Geschütz. Wie lange steht denn das da? Von wo kam das? Wo seid ihr? Wer lebt denn noch? Juli? Nephias? Du musst nur auf Tab drücken, wer lebt. Das siehst du doch. Ja, ja. Wo bist du? Haupteingang. Ich und mein Turtle. Mein... Ne, schau. Der Turtle ist ja gar nicht. Ich und mein Turret. Komm. Miet, miet, miet. Ne, komm du mal zum Haupteingang. Ja, ne, das ist ja uncool. Ne, das ist unfair wegen dem Turret, weißt du? Wir haben ja eigentlich umsonst hier so eine Festung aufgebaut. Ja, das ist der Heimvorteil. Wir wollen das ja auf einem fairen Untergrund betreiben, oder? Weißt du, ich weiß noch nicht, wo du bist. Haupteingang. Immer noch. Ja, der ist groß, der Haupteingang. Ja, vorne, da, wo die große Tür ist, weißt du? Ja, ich glaub's ja aber nicht. Das Problem ist nämlich, der Haupteingang sehe ich. Und dich habe ich auch gesehen. Wie gut bist du in, äh, also ich bin ja nicht so gut in dem Spiel hier. Ich habe meinen goldenen Schuss gerade versendet, das war nicht so geil. Ja, das wäre schon mal gut für mich. Ah. Hätt ich mal in meinen Heimvorteil nicht getan. Wie gut Dalu das beurteilt hat. Bei Dalu kam gerade nur einfach, er wird übermütig. Wer hat das Balui? Ja. Ein schönes Röntgen-TTTV in den Eindruck. Leute, wenn es euch gefallen hat, like, schreibt mal einfach mal. Macht's gut, ciao. Einen schönen wir euch. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.